Egal ob du Gründer, Unternehmer, Führungskraft oder ein anderer Leistungsträger bist, dein wichtigstes Gehirn spielt hierbei meistens auch die größte Rolle. Und ich zeige dir in diesem Film, wie du deine Gehirnleistung um mindestens 33% steigern kannst und das noch beinahe kostenlos, also ohne großen Einsatz von Zeit oder sogar von Geld. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich lade dich ein, teilzuhaben an dem Wissen von über 30 Gründungen, die ich selbst durchgeführt habe, über 300 Gründungen, die mein Team und ich pro Jahr immer wieder aus den über 1000 Bewerbern begleiten und aus über 3000 Gründungen, die ich in den letzten 20 Jahren selbst begleiten durfte als Coach oder Berater. Da lade ich dich ein, dich jetzt hier für ein Abo zu entscheiden, aber auch die Glocke zu betätigen. Und wenn du mehr wissen willst, erfährst du gerne zum Thema Förderprogramme, Banken oder Investoren oder allgemeine Geschäftsentwicklung im Rahmen eines kostenfreien Erstgesprächs. Wir arbeiten nämlich bundesweit entweder online über ein digitales oder ein Videokonferenzgespräch oder aber auch offline in unseren Büros. Du bist also eingeladen, teilzuhaben an diesem Erfahrungsschatz und du kannst gerne auch für deine Beratung uns buchen. Und das Gute ist, weil wir zertifiziert sind, bundesweit zertifiziert sind, kannst du unsere Beratung auch bis zu 100% fördern lassen. Und für den Fall, dass es nicht der Fall sein sollte, dass du förderfähig bist, gibt es immer noch die Möglichkeit, in der Jahresrahmenprogramme abzuschließen oder eine Ratenzahlung zu vereinbaren. Oder dein Konzept ist so toll, dass wir sogar mit einer Beteiligung in deinem Projekt einsteigen als Berater. Ich wünsche dir nun viel Erfolg beim Rest des Videos. Ich selbst habe nicht nur über 30 Unternehmen gegründet, sondern auch viele Berufe erlernt, viele Fähigkeiten erlernt und mich schon früh damit auseinandergesetzt, wie ich die Gehirnleistung maximieren kann. Gedächtnistraining habe ich gemacht, entsprechende B-Vitamine gegessen und andere Übungen. Aber das, was hier der Professor Johann Sauersachs von der Medizinischen Hochschule aus Hannover publiziert hat, das ist relativ neu, macht aber Sinn. Und das Herz, das steht deshalb dort, weil er ein Kardiologe ist. Nun, was wurde in dieser NDR-Dokumentation veröffentlicht? Es geht darum, dass die Wissenschaft wieder mal einen großen Fehler gemacht hat. Noch vor 20 oder 10 Jahren wurde Herzschwäche-Patienten mitgeteilt, dass sie möglichst wenig sich bewegen sollen, dass sie möglichst keine anstrengende Sportarten machen sollten, weil das Herz ja schon schwach ist. Das hat sich laut Professor Sauersachs komplett verändert. Die Frage ist nur, warum und was hat das mit deinem Gehirn zu tun? Und zwar haben die Wissenschaftler in den letzten Jahren herausgefunden, dass es in deinem Körper einen Stoff gibt oder eine Stoffgruppe gibt, die heißen Myokine und Gruppe deshalb, weil es wohl über 400 dieser Myokine gibt. Und diese haben laut Professor Sauersachs eine leistungssteigernde Wirkung, aber darüber hinaus auch noch viel mehr Wirkung. Zum Beispiel für die Herzpatienten, die eigentlich eine Herzschwäche haben, sind diese Myokine in der Lage, den Herzmuskel zu reparieren. Was also konkret in deinem Körper passiert, wenn du dein Muskel einsetzt, verändert sich oder aktiviert dieser Muskel eine bestimmte neue Funktion. Er bewegt nicht nur deine Extremitäten, sondern er verwandelt sich in eine Hormondrüse. Und diese Muskeln, also alle deine Bewegungsmuskeln, sind dann in der Lage, entsprechende Myokine zu erzeugen. Und das, was Professor Sauersachs dort vorgestellt hat, ist, dass die Kardiologen heute wissen, wenn ein Herzschwäche-Patient kommt, dass die Muskeln, wenn sie trainiert werden, sich zur Hormondrüse verändern oder aktiviert werden und zum Beispiel Musklien erzeugen. Und Musklien wiederum verursacht beim Herz eine vollständige oder eine ansteigende Regeneration. Das bedeutet also, heute sagen die Ärzte, dass der Herzschwäche-Patient bitte doch Sport machen soll. Sie schreiben das sogar auf ein Rezept, Physiotherapie, Muskelaufbau, Training, wo die Ärzte vor 10 oder 20 Jahren noch gesagt haben, auf keinen Fall Sport machen, auf keinen Fall Belastung. Nun, was bedeutet das für dich, für dein und mein Gehirn? Nun, diese 400 Myokine haben nicht nur Auswirkungen auf deine Herzregeneration, sondern sie haben auch Auswirkungen auf dein Immunsystem. Beispielsweise wurde festgestellt, dass Menschen, die regelmäßig die Muskeln trainieren, regelmäßig also die Hormondrüse-Aktivitäten initiieren, dann auch entsprechende Myokine haben, die das Immunsystem aufbauen und auch die Gehirnleistung steigern. Das bedeutet also, dass Menschen, die regelmäßig Muskelaufbautraining machen, viel seltener krank sind. Ich zum Beispiel bin die letzten 20, 25 Jahre selten länger krank als einen Tag im Jahr und das Gleiche berichtet auch der Protagonist in der NDR-Doku, wo Professor Sauersachs aufgetreten ist und diese Studie auch vorgestellt hat. Als Unternehmer kannst du es dir kaum erlauben, lange Zeit durch Krankheit auszufallen. Jeder Tag kostet dich zwischen 500 bis 5000 Euro, weil einfach niemand da ist, der dich ersetzen kann, oder du denjenigen bezahlen musst, der dich ersetzt, oder du hast einfach Umsatzausfall, also weniger faktorierbare Zeit. Deshalb ist es super wichtig, dass du als Gründer oder Unternehmer auch auf deine Gesundheit achtest. Aber auch die anderen klassischen Zivilisationskrankheiten, ob es Diabetes ist oder Krebs oder andere Krankheiten, die auch mit Übergewicht zu tun haben, die alle stehen im engen Zusammenhang mit der fehlenden Hormondrüsenproduktion von Myokinen. Der Menschen, die wenig Muskelaufbautraining machen, haben entsprechend wenig diese Selbstheilungsstoffe im Körper aktiviert und werden natürlich wesentlich schneller und dann auch noch länger krank. Was ist nun die Lösung? Wie kannst du es als Unternehmer, als Gründer, als Führungskraft in dein Leben einbauen? Die schlechte Nachricht vorab. Wenn du regelmäßig schwimmen gehst, wenn du Radfahren gehst oder gerne joggst, und du denkst, du machst regelmäßig Sport, dann ist das gut. Du hast einen Herz-Kreislauf-Train. Das Problem ist nur, dass alle Muskeln, die Myokine produzieren, außer ein einziges, und das ist dein Herzmuskel. Das bedeutet, dass du ein Training brauchst, dein Skelett, deine Bewegung, deine Rumpfmuskeln zu trainieren, und dass du hier kein Ausdauertraining machst. Darauf wurde in dieser Studie ausdrücklich hingewiesen. Also kein Ausdauertraining, wo du Multimuskeltraining machst. Also wo du zwar schwitzen kommst und vielleicht auch Fett verbrennst, das ist gut für die Figur, aber letztendlich nicht einen einzelnen Muskel dazu zwingst, sich aufzubauen. Das entsprechende Training, was du brauchst, laut Professor Sauersachs und der anderen dort auftretenen Experten, ist ein Training, was dein Muskel dazu zwingt, sich im Volumen, im Querschnitt zu vergrößern. Du hast also immer Muskelfasern in der Muskel, davon sind einige aktiviert, und viele aber nicht. Und wenn du deinem Körper über eine Leistungsgrenze bringst, also trainierst, dann wird er innerhalb von zwei, drei Tagen seinen Querschnitt vergrößern. Und dieser Impuls, diese kleine Leistungsüberschreitung, die führt dazu, dass auch über die muskelinternen Hormondrüsenarten dann auch die entsprechenden Myokine produziert werden. Wie du das nun genau umsetzt, ist völlig egal. Ob du mit deinem eigenen Körpergewicht Trainingsübungen durchführst, oder ob du freie Gewichte oder Geräte nimmst, oder vielleicht sogar mit Strom arbeitest. Ich persönlich mache eine Kombination aus allem. Warum? Bei Körpergewicht beispielsweise habe ich immer dabei. Und wenn ich jetzt mit Strom beispielsweise, also EMS-Geräten trainiere, vielleicht auch Lösungen für zu Hause, dann spare ich viel Zeit. Ich muss nicht ins Fitnessstudio fahren, mich dort umziehen, Rückfahrt, Hinfahrt, umziehen, Kleidung, Quatschen. Sondern ich habe in 20 bis 40 Minuten viel mehr trainiert, als du vielleicht in zwei Stunden im Fitnessstudio brauchst. Und Stromgeräte beispielsweise erreichen auch die Tiefenmuskulatur und multiplizieren die Wirkung deines Trainings. Und schummeln kannst du nicht. Wenn du keinen Bock hast, ist das dem Stromgerät egal. Du ziehst den Regler hoch und die Muskeln fangen an zu arbeiten. Wie du also siehst, ist tatsächlich das kein großes Geheimnis, wie das funktioniert. Nur prüfe selbst, wie viele Menschen um dich herum regelmäßig zwei bis dreimal in der Woche über das gesamte Jahr ein Muskelaufbautraining integriert haben. Die meisten, die regelmäßig Sport machen, die machen sowas wie Schnellkraft, spielen vielleicht ein bisschen Badminton oder Ausdauer, gehen ein bisschen Joggen oder Schwimmen oder Radfahren. Das hilft aber nicht. Du brauchst effektives Muskelaufbautraining. Das heißt also, starte heute eine Treppe auf der untersten Stufe, egal wo du bist, und dann trainierst du ein bisschen mehr, als du tatsächlich gestern geschafft hast, zu heben, zu drücken oder zu bewegen. Und in drei Tagen, also achte mal auf zwei bis drei Tage Abstand der Regenerationzeit, bist du auf der nächsthöheren Treppe, setzt wieder einen Puls, geht immer ein bisschen runter mit der Leistung und nach drei Tagen bist du höher in dem Niveau. Und dann wirst du praktisch wie auf einer unendlichen Treppe dich nach oben bewegen. Der Nebeneffekt ist natürlich auch, dass das wesentlich besser aussieht, als wenn du keine Muskeln hast und dass deine Gelenke geschont bleiben und dass dein Leben viel leichter fällt. Aber der Hauptvorteil ist erstens, du bleibst gesund, dein Herzmuskel wird geschont, also weniger Herzinfarktgefahr, weniger Schlaganfall, weniger Diabetes, weniger Krebs und so weiter, was Professor Sauersachs in seinem Video sagt. Und das Wichtigste für heute ist, deine Gehirnleistung steigert auch sich um mindestens 33%. Und wie willst du dir sonst das einkaufen? Red Bull und Co. helfen da nachweislich nicht. Auch die Kaffeetasse schafft das nicht. Und hier ist kein Nebeneffekt, sondern nur positiver Nebeneffekt zu verzeichnen. Ich wünsche dir also viel Erfolg. Plan das dir bitte jetzt ein in deine Musterwoche, zwei bis dreimal in die Woche. Such dir das beste Zeitfenster aus. Mach es alleine. Finde Freunde. Gib dich in sozialen Druck oder komm mit dich anders mit einem Personal Trainer. Entscheidend ist, dass du es schaffst. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Denn auch als Unternehmer, wie bei allen anderen Denkberufen, Geisteswissenschaften berufen, ist das Gehirn der Ort, wo alles stattfindet. Und wenn dein Gehirn ausfällt, nun, gerade wenn du klein bist als Unternehmer, also in Bezug auf Team- und Bandstärke, dann wirst du sehr schnell mit deinem Unternehmen wieder schließen dürfen. Du brauchst also deine Gehirnleistung auf ewig, also zumindest solange dein Unternehmen funktioniert und deinen Nachfolger gefunden hast. Und wenn du das noch steigerst, hast du auch einen Wettbewerbsvorteil. Denn wenn andere Unternehmer das machen, nun, da liegst du hinten an. Du hast hier eine kostenlose Möglichkeit, nicht nur deine Gesundheit, sondern auch deine Firmengeschichte, dein Alleinstellungsmerkmal, vielleicht schneller voranzutreiben und die Prozesse schneller voranzubringen. Solltest du dabei Unterstützung brauchen, also entweder bei einer Unternehmensentwicklung oder bei deinem Zeitmanagement, dann kannst du gerne unsere Berater konsultieren. Wir helfen dir gerne von der Gründung über die Wachstumsphasen auch bis zum Exit. Und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Trainingsplan und vielleicht auch jetzt gleich bei dem ersten Muskelaufbau, also Muskelwachstumstraining, nicht Ausdauertraining. Dein Daniel Schäfer